Man muss auf jeden Fall besser blocken lernen, Mann. Hallo, Flosch. Und Go. Wir haben es live, ne? Ja. Ich geh direkt zu A hoch, ja? Ich geh direkt zu C. Ist bei dir auch bitte warten, Sitzung wird konfiguriert? Ja. Ja. Von denen halt das Match verlassen, dann wird es. Okay. Ja, dann haben wir Zeit, mal die Resubs zu begrüßen, ne? Ich bin da... Stein, jeweils für zwei auf einem Monat. Der Sub-Bot drüben war, äh, nicht gut. Oh! Ich bin wieder da. Ich bin wieder. Ein mitnamesischer Freund hat gesagt, du wärst dein Onkel. Äh, nee. Bei mir sind nur Bots im Team. Die läuft gerade alles schief. Hä? Du bist bei mir nicht in der Dingens, guck du, Mann. Ja, hab ich doch... Hast du zugehört? Ja, ich war gemütet. Ja, ich war gemütet. Ach, hier. Und das hier unten kann ich auch hier upgraden, oder? Wenn ich hier stehen bleibe? Dann kann ich irgendwann mein... Ne, keine Ahnung. Ich versteh das nicht. Das sind Sachen, die ich noch nicht gerafft habe im Spiel. Alter, der Bot killt mich. Oh! Das ist doch total behindert, Mann. Du musst echt das... Gut. Jawoll. Der war gut. Aber das Problem ist halt, das ist ein Bot. Du kannst dich halt nicht fahlen, wenn du einen Bot versichst. Ja. Geht hier. Den finde ich jetzt nicht so stark. Später vielleicht, mal gucken. Ich denke nicht. Nach dem hier bin ich auch komplett alt. Eigentlich wollte ich heute gar nichts spielen. Ich kämpfe jetzt alle einzelnen Bot-Gaming, oder? Kann das sein? Nee, André und ich sind Dingens. Dann habe ich ja so ein D-Sync gehabt, einfach, ja? Ja. Und bin raus. Aber ihr macht das ja, ihr gewinnt das ja easy. Ja, ich bin nur noch auf dich. Ja. Bei C, verloren. Hallo Zonk. Ah, okay. Du kriegst also Ausdauer auch wieder... Kommt mir auf jeden Fall so vor gerade. Ich spiele auch noch einen Sentence, ich spiele auch noch Condorcion. Muss auch mal sein. Geh ihn mir, what the fuck. Hehehe, hab dich. Es ist ein Stück weit in hier. this guy he he oben ist er, wow sag mal, du los von ihm weg ich kann die umrahmen, dann fallen die um und sind gelähmt für ein paar Sekunden wie kann ich da runterspringen? gar nicht ok ok da gut zu A hoch und wir leben nicht mal wieder komm hoch ich steh links heilen kann mich jederzeit wieder ja hier ist ein Gegner oben ja das Klärchen hm ja 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 einer kommt hoch hinter dir einer kommt hoch hinter dir du musst, du musst halt die Flaggen kriegen die geben Dings Punkt halt guck mal, jetzt kann ich sowas hier machen oh und jetzt macht hier ist das der Bot? oh mein Gott, der Bot der Bot mich wiederbeleben? er lebt mich kaum oh oh du musst auf jeden Fall diese ganzen großen Sachen immer nehmen halt das ist wichtig das ist wichtig das ist dein Ernst André? was denn? dass er mich töten kann? dass er mich töten kann? leben oder tot oh oh du bist tot das Ding ist weiter als langsam wenn er mich als erstes hittet mach kaum noch was machen und er ist jetzt darauf tot du bist tot du bist tot du hast dich halt getötet du bist tot ey haha oi ich finde das gut, dass man halt so die anderen muss man halt echt aufpassen also ich glaube man kann in dem Spiel musst du halt schon gehen und nicht nur wie der letzte Honk also nichts für mich doch du hast vier verschiedene Skills die steuer ich quasi hier mit dem eben hier